Musik Zu begeistern mit wissenschaftlichen Experimenten und eben auch für probierende Begeisterung weiterzugehen und vor allem die jungen Generationen, aber auch für all die anderen Leute, die kommen, zu weisen, dass die Wissenschaft vielleicht nicht den negativen Eindruck süsst, als den sie vielleicht aus der Schule mitgehalten und nicht leben. Das ist ganz schön für dich, wenn du Feedback zu kriegen, für Leute, die sagen, ah, das ordentlich auch immer ganz schrecklich fand, das kann einfach cool sein. Musik Wir haben eine Arbeit. Wir haben eine Konzeption gemacht auf dem Projekt, die sich gut ergibt, dass die Lehrbote freigehen ist. Wir haben hier im Jahr 2017 das Gebäude geplant. Wir haben auch teilweise die Leute, die hier demnächst eine Lehrbote gemacht haben, waren auch bedenklich, um das Gebäude zu renovieren. Und dann draußen das Science Center zu machen. Mit dem Science Center haben wir einen Grund, für ein bisschen einen Ableich an die Science und Technologie zu geben. Etwas, was wir zu Lützebüchern in der großen Region haben wir noch nicht wirklich geholfen. Das ist auch für alle Alte. Also kommen in die Schauklasse, erst im Primär, erst im Sekundär, und sogar bis eine Gruppe für Senioren, die hier ihre Convenience machen, kommen nach hinten. Das ist wirklich für alle Alte geduld. Es geht aber ein bisschen darum, für die Science zu valorisieren und eben noch den Proch von der Wissenschaft zu weisen, und für wirklich zu sehen, wenn das der Gedankengang der Wissenschaftler hat. Nicht sonst etwas viel zu gehen, so aus wie die Welt funktioniert, aber wirklich den Prozess, wie kommen wir überhaupt, ob die wissenschaftliche Erkenntnisse und die Passion weiterzugehen. Also das Science Center ist so abgebaut, dass es zwei große Bereiche hat. Einmal den Explorationsstil, einfach ein grosses Hall, ein Ausstellungshall, wo ganz viele Stationen sind, die interaktiv sind, quasi ganz in einem Elektro-Deal, wo eine Plasmakuchel steht, wo eben den Strom durch die Kuchel gesagt kann, ihn sich selber aufhecken, und natürlich regeliert, dass es nicht gefährlich ist, dass man den richtigen Strom, den eben durch den Finger, durch den Körper geht, haben wir uns dann Bühnen für die Elektroshow, wo man experimentiert weiß, in den Faradayischen Käfig, der Van der Graaf-Generator, wo man kann eine helle Spannung auch auf eine Person machen, die an dem Tor zu mir steht, wenn es wieder passend ist. Dann haben wir an der linken Seite ein Planetarium stehen, wo Stärken können geguckt gehen, also Sonnensystem können wir zusammen erkunden. Dann haben wir auch noch ganz flott eine Sandküche, wo Teich vom Sand gemäßt wird, und dann färflich projeziert wird wie eine Menge topografische Karte. Aber doch flott ist eine thermische Kamera, die wir haben, wo in ganz schönen, Wägendähler von mir, sie lieben mich warm, verschiedene Leute die keinen Fangen haben, keinen Nösen. Dann nehmen wir an unsere Schauen zu den Fluiden, also quasi alles, was Flüssigkeit in der Gase sind. Da geht es zu den innerischen Temperaturen und dann zum Druck ein bisschen übergreifend zu nehmen. Da kann man damit gesehen, wenn man mit flüssigem Stickstoff kommt, also wenn man die Luft hält, dann ist jemand aufgekühlt. Da geht irgendetwas flüssig, und eben noch Kohlendioxid als Drescheneisen in einer fester Form, gesehen wird, was die Materialien für die Experimente machen können. Dann haben wir noch eine thematische Zahl zum Thema Materialien, wo in zum eisernen Stuhl kommt ein bisschen noch über die Geschichte stufen, wo könnte er die überhaupt her, was überhaupt die Zilliurgie funktioniert, wie kann er uns von einem in dem Eisenerz Stuhl herstellen. Und in anderen Teilen, als sie quasi schauen, ein bisschen eine Mischung aus einer Schultstunde an einem Theaterstück, wo wir probieren, Mathe-Schüler in den Gruppen zu suchen, ja, Experimente ein bisschen zu erkunden. Also das Science-Center riecht sich und alle Personen, die ein bisschen interessiert, wie gesagt sogar von Schulklassen, bis einfach interessiert Leute, Einzelleut, Koppeler kommen dahin, kommen auch nicht immer leider aus Lütze, wo wir aus den Regionen rundherum, Deutschland, Frankreich, Belgisch, und Holländer sehen wir relativ oft. Und wenn du die Fähigkeiten hast, wir haben auch Programme aus Ugeburten, Französisch, Deutsch, Englisch, Allerziburisch. Abgesehen von den Sachen, die wir erwiesen haben, haben wir noch ganz viele andere Angebote, die sich überraschend, wenn der Lernst kommt, können wir noch ganz viele verschiedene Aspekte von der Wissenschaft mal da ist zusammen entdeckt.